Wolfgang, ich bin ein kleines Spiel. Wenn ich gewinne, steigst du aus und andersrum. Okay. Wie heißt die Hauptstadt von Marokko? Antananarivo ist es nicht, weil es ist die Hauptstadt von Madagaskar. Ich tippe auf Casablanca. Es ist Rabatt. So schnell ist es weg. Ich hätte in der Schule besser aufpassen sollen. Jetzt steige ich aus.